ja moin leute also ich habe gerade battle.net gestartet und er macht kein update er bleibt immer hängen und ich habe das gleich mal gegoogelt hier gibt es irgendwie probleme mit dem patch aber ich habe da schon eine lösung gefunden also das was hier steht mit beenden und etc pp das habe ich auch gemacht aber ich komme nicht zu dem gewünschten ergebnis also hier beende ich jetzt mal alles und gehen taskmanager und beende die battle.net update agent und starte dann anschließend battle.net mal neu ja da ist es so er lädt immer nur ein step quasi runter also eine einheit so da habe ich mir gedacht was passiert denn wenn ich immer auf pause drücke was passiert wenn ich immer auf pause drücke das schauen wir uns jetzt mal an so habe ich die stelle gefunden ich hatte gerade noch ein bisschen rumgedüdelt und jetzt drücken wir halt immer auf pause na komm schon das war doch hier drück auf pause jetzt hallo ich habe nochmal abgewartet so jetzt drücke ich immer auf pause und man sieht er macht immer also keine ahnung ich habe nur eine hunderttausender leitung ich laden momentan immer so mit 12 mb die sekunde runter mehr als vor corona keine ahnung warum ja und so mache ich das jetzt bis zum ende drücke immer einmal auf pause und wieder auf start das könnt ihr auch relativ schnell hintereinander machen ich glaube einmal zwischendurch habe sogar zwei takte quasi geladen aber das natürlich für jemanden der nicht mit 12 mb die sekunde runter lädt bei dem gut das ist ab das update ist ja zum glück nur schön klein aber wenn das jetzt ein 40 gb update gewesen wäre dann hätte ich mich jetzt natürlich nicht am morgen hängen gesetzt und hier tausendmal den button gedrückt funktioniert ich drücke mal auf spielen um euch zu zeigen dass das auch läuft ich wollte natürlich selber sofort auch sicher gehen dass das spiel startet startet wie gewohnt die schelder glaube ich neu zu installieren oder oder sehe ich jetzt hier in der vorschau nicht von wunderscheher mein schnittprogramm das war es auch schon wieder mit dem video ich hoffe ich konnte euch helfen und wünsche euch viel spaß beim zocken ja heute ist der erste april ok bis dann leute ciao ciao